Ladies and Gentlemen, Russik Pupsik ist am Start und heute mal wieder mit einem Rampenrennen Leute, aber das Schlimme ist, es ist ein Troll Rampenrennen, viele Fallen, viele Emotionen und viel Geld im Pott Leute, gegen ARMY, MBGK und Stanislav, guckt euch an was passieren wird, Kakerlaken, Kakerlaken Bro, was ist das denn? Leute, geisteskrank, lasst jetzt einen Like da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und viel Spaß mit dieser kranken Folge Jungs, Jungs, seid ihr bereit für Team Arbeit? Troll Rampen, was soll denn daran Troll sein, Bro? Bro, ich weiß es auch nicht Ja, wirst du ja sehen, wirst du ja sehen Ich weiß es auch noch nicht Warte, 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 ich glaub das ist, Digga, das ist auch Hier hinten ist doch, Jungs Ciao Jungs, Ciao Was? Oh mein Gott Du musst wieder umdrehen, Digga, du bist auf Cutsch, Digga Bro, ich wurde voll, ich wurde so getrollt, Jungs Ungelogen Hä? Und jetzt? Warte mal, wohin denn jetzt, Alter? Ist wieder falsch Und jetzt wohin? Ja, jetzt geht's runter Ich geh die Grüne runter Jungs, ich geh die Grüne runter Wie, es gibt die mehr Oh mein Gott Ey, ich fall direkt raus Oh mein Gott Was, wie schwer sind die? Digga Oh mein Gott, es gibt gar keine Gelbe Bro, das ist die Hard-Control-Rampe Oh mein Gott Und warte mal, wenn ich jetzt hier falsch fahre, muss ich ja vorne anfangen Ja Du musst deinen letzten Checkpoint wieder hoch Bro, also ich sag euch so, wer hier sabotiert will und alles drum und dran, das wird geisteskrank Ich sag euch, wie es ist Ich nehm mich nicht weit aus dem Fenster, aber einer wird schon schreien Oh mein Gott, die Rampe ist auch so dick Jungen, die ist so schwer, Jungs Ja Starr Oh mein Gott, ich flieg raus Ich auch Ich flieg raus Müssen wir die runterfallen, jetzt die Grüne oder was? Keine Ahnung Weiß ich nicht Aber die Grüne sieht so mittig aus Von dem Punkt Aber es gibt keine Gelbe Rampe, oder? Ja 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 Also fahrt die jetzt alle grün runter, oder was? Ja Der BK ist erster wie das? Ich schass jetzt Alter Alter Oh 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 mein Gott Ist die hart, Digga Ich check selber nicht Bist du im Flugzeug? Ja Ja Oh 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 Ich bin schon wieder getrollt Jungs, ihr müsst ausweichen Jungs, ihr müsst ausweichen Jungs, ihr müsst ausweichen Jungs, ihr müsst schwindlig Jungs, ich hab's geschafft, ich bin aber oben drauf Junge Oh mein Gott Oh mein Gott Ey, ich bin direkt ausgewischen Okay Aber ich wusste das auch nicht Arnie, du bist der krasseste Ich weiß Danke Jungs, geht weg, ihr kleinen Kakerlarkis Aber Rustig fährt doch jetzt runter, oder? Nein, 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 nein Ich will die Kakerlarki Ah Wieso? Bro Bro Digga Was soll das denn? Er fährt die blaue runter, er fährt die blaue runter, okay Ja, ich glaub, die muss man jetzt auch Bro Das ist, guck mal wie man spawnt, Digga Guck mal wie man spawnt Das ist voll überkomisch Bro Das ist so verschickt hier Ich komm runter Wie weg Jetzt muss ja gleich sein, dass du die blaue runterfahren musst, Rustig Keine Ahnung, ich geh mal davon aus Jun, Rustig ist nur am Babe Nein, ich flieg weg Wir müssen echt blaue runterladen Das Ding ist Ich bin Erster Ja, Bro Ich bin Letzter Ich bin Zweiter Ja, du gehst dir jetzt in Beyblade, Bro Du gehst dir jetzt in Beyblade rein Jungs, das ist ne Rampe Hier braucht man Gefühl Ja Gefühl, Junge Nicht einfach Guck mal, da merkt man wieder wer der Beste ist Weil Amir einfach drauf los Ah, ganz blit Mann, Digga, was Ihr Erster Was gehst du mir denn auf den Sack Blut Brustag, was ist los mit dir? Bro, was soll ich machen? Du bist der einzige Intention bei Mega Rampen, nur Leute runterschubsen oder? Bro, MBGK, was soll ich denn machen? Du bist da so süß gefahren Ja, MBK Das siehst du jetzt mal Das macht der bei mir auch immer so Dein eigenes Karma, Bro Dein eigenes Karma, MBK Hä? Wann mach ich das überhaupt bei dir? Hä? Mach mal schneller, du Restner Nein, geh weg Nein Und das war dein eigenes Karma, Bro? Stadi, Stadi Stadi, Stadi Bro, Bro Stadi, bitte Oh mein Gott Ciao, Stadi Das ist stark, Armin Ja, du hast Glück gehabt Du hast Glück gehabt Oh, oh Digga, ich crash direkt, instant, Bro Nein So, langsam rein Bro Runter, 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 runter Hä? Hä? Bro, was ist das denn? Wie soll man... Ich komm nicht klar, Bro Wie soll man hier... Wie soll man hier abbiegen, Bro? Keine Ahnung Ich glaube, wir troll beide, ne? Junge, wir können nichts machen Digga, wie... Wie... Wie schafft man das hier zu fliegen? Und tschüss, Jungs Hohohohohoho Ja, nein! Nein! Bro, wie macht man das? Ich hab's geschafft! Ich auch, ich hab's auch geschafft Wie, unten drunter? Ich hab's geschafft Ich hab's geschafft Direkt first try, Digga Ihr seid ihr schlecht Junge, ich bin... Beim ersten Mal bin ich mit Bug gestorben oder so Jungs Wie seid... Wie seid... Wie seid... Ich bin rückwärts reingefahren Ja Wie Wie? Weil dann ist sofort langsam Wenn du reinfliegst Sooo Jungs, ich schaff das nicht Mein Flugzeug ist jetzt die ganze Zeit zu schnell Nein, was ist das jetzt für eine Rampe? Ich bin dauergetrollt, Jungs Hä? Digga, wie soll ich das jetzt schaffen? Nein, ich hab's abbremsen Ich hab's auch gemacht Wie, wie, wie? Jetzt müssen wir die gelbe nehmen Hä? Sicher Wie, Stani, wir abbremsen? Nein, nein, bei gelb ist nichts, bei gelb ist nichts Digga, ich häng hier fest mit dem Flugzeug Du musst die rote nehmen, Bro Die pinke Stani, wie bremst man ab? Ja, oder die pinke Ja, pink wieder Nee, pink ist auch nicht Oh mein Gott, Digga, ist das eine... Oh mein Gott, ich weiß welche Katastrophe, Digga Kleiner Ekelhafta Welche muss man? Welche muss man? Rote? Ich glaube im Anlauf wahrscheinlich Ja, ja, da ist eine riesige Lücke, Jungs Schafft man gar nicht Jungs Okay, und? Hä? Hä? Hä, was denn? Was hast du so gemacht? Bist du so? Rückwärts, rückwärts Ansonsten wirst du gedingst Ah, gestoppt Verlierst du den Blut Äh, verlierst du... Digga, ich bin ganz woanders Digga, was ist... Rückwärts? Das ist laber Guck mal, guck mal, wie man die trauen kann einfach Wer will rückwärts fahren Alter, das ist eklig Ah, du kleine 31er Jungs Das wird ja nie was werden, Jungs Das wird ja nie was werden, Jungs Junge Digga Digga Habt ihr es? Wer hat gesagt, dass wir rückwärts müssen, Bro? Ist das richtig? Hast du ja richtig? Ich hätte auch vorwärts fahren können Nein, das ist ein Stopper Hab ich versucht schon So Und rückwärts aktiviert der Stopper nicht Junge, MBK, wie eben kommt es runter Dann hast du ja so einen Lack Nein, nein, nein Was finde ich, der gerade runter fährt? Oh mein Gott Was sind die Armi? Ich hab's geschafft! Let's go! Oh nein! Nein, nein, nein Das war das Armi hat so ein Beyblade gemacht da unten Ich schwöre, das war komplett nur Glück Wer? Nein! Alter, Russack! Wo holen? Wo holen? Wo holen? Oh mein Gott Stadi! Stadi! BAM! JA! Hey Mann, Bro Ey, Russack ist richtig großartig Oh mein Gott Russack ist richtig großartig Ja Wirklich Ey, ich wusste das Ey, Bro! Wer war das? Jetzt ist die Frage, welches Auto Nein, er hat Golfkart, er hat Golfkart, er hat Golfkart Was soll ich denn machen, Bro? Junge, du bist ein Esel, Alter Ia, Ia Ey, ey, das Ding ist, Armi hat einen Checkpoint, oben ist dein Golfkart Oh mein Gott, ich bin durch auch! Stani, letzter! Wie, ein Checkpoint ist ja durch, was laberst du? Warte, guck mal, das Ding ist, Armi hat jetzt einen Golfkart und ich hab ein normales Auto Wie? Hä, wie? Ja, du hast den richtigen Weg ausgewählt Ja Happy du hast, dass du rechts geflogen bist, so ekelhafter Ja, ey BAM! BAM! Wurdest du rechts Wir hatten normales Auto! Ja! Hä, pict, bist du geflogen, ey, MCK? Ey links Jung, ich! Wirklich, ich schwör's nicht, ich hab nen Kuruma Oh mein Gott Nein, 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 rein reinцевer Rein, raus, rein rein, rein! Nein! Mann, Ruzzack! Du bist... Ey, ich bin Ruzzach-Fan Ey, Jungs, ich sag' euch ehrlich, das ist die schlimmste Rampe, die es gibt. Boah, ich fahr' wieder raus. Ja, vor allem, dass wir unterschiedliche Autos sind. Wenn ich im Flugzeug drin, Jungs, ich werd' Flugzeug nicht mehr verlassen, wo nur so'ne Ansage. Warum, Bro? Ich hab' schon Power Girl von Stani. Bro, das Ding ist, man weiß trotzdem nicht, welcher Weg jetzt der richtige ist. Ey, warte mal, wir fahren grad alle drei verschiedene Rampen, ne? Digga, ich weiß, ich weiß, welche richtig ist. Ey, Bro, ich war so gut auf diese Rückwärtsrampe schon raufgefahren, Mann. Stani, guck mal, du hast jetzt kein Handicap. Wir haben für dich rausgefunden, dass da Golfkarte ist. Die eine Rampe ist vorbei. Du musst auch mal positive Szenen, Bro. Oh Gott. Das ist der Nachteil, am Ersten zu sein, Digga, da weißt du nie, was du holst. Oh mein Gott, Bro. Ich weiß, wo es ist. Ich weiß auch, wo es ist. So, jetzt, Leute, jetzt, 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 jetzt. Aber ich bin trotzdem Erster? Bist du gerade respawned, Russick? Jungs, ihr seid falsch, ne? Ich bin, by the way, gerade Blau-Runde gefahren, aber macht mal, wie ihr denkt. Bitte, Leute, bitte, 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 bitte. Ich schwöre, sag' ich bin... Real Talk, ich lüge nicht, Blau ist falsch. Bitte, bitte, bitte. Mhm. Ja, okay. Bitte, bitte, bitte. Ich bin auch gerade grün runtergefahren, Bro, ohne Ziel. Bitte, bitte. Ey, warte, grün ist auch falsch? Blau ist auch falsch. Hä? Was? Hä? Hä? Warte, wo soll man... Brooo! Hä? Wo soll man hingehen? Warte mal, wo soll man hingehen? Ich weiß es nicht, vielleicht mittig. Mittig einfach. Jungs, ich sag' euch, ehrlich. Aber es ist nicht Blau, also wenn du da bist... Nee! Oh mein Gott, ist die Rampe crazy. Ey, Bro. Ey, check den Tron jetzt. Das bockst du nicht, Bro. Ich war unten und ich werd wieder getrollt, Mann. Ey, das muss echt verboten werden, Leute. Von wem wirst du getrollt? Ja, Bro, von Russland wieder. Digga, es bockt einfach nicht, Alter. Bro, was soll ich denn machen, Bro? Ja, Bro, er versaut nochmal alles, Alter. Er versaut jede Runde. Bro, ich hab dich einmal sabotiert, Bro. Ja, Bro, ich kann dich auch die ganze Zeit sabotieren. Bro, ey, einmal, guck mal, ich wess dich jetzt in Google, Bro. Ah, der hast du den richtigen Weg gefunden? Ja, bei mir ist es grün. Mann, jetzt komm ich... Und dann auf der schwersten Rampe sabotiert der mich, Bro. Und statt auf so einer einfachen, nein. Bro, Bro, was soll ich denn? Ich bin so froh, dass ich darf. Ich bin so froh, dass ich das direkt für das Try geschafft hab. Ich auch. Jungs, Jungs, das Ding ist... Sag mir, wo Ostag ist, Leute. Sag mir, wo Ostag ist. Äh, Jungs, ich bin... Sag mir, wo Ostag ist. Ich bin doch da, Bro. Ich bin oben, Bro. Ist irgendeiner schon weitergegangen bei diesem Rätsel? Ja, ich. Ja, welche Farbe? Green. Erstmal nicht. Okay, danke. Ja, danke. Joohohoho, Alter. Ich hab' das auch gesagt. Er ist doch rot, Bruder. Ja, aber... Bro, so viele Autos weißt du nicht... Nein, Armin ist immer auch rot, ich bin immer gelb. Bro, ich sag dir, wie es ist. Es ist gar nicht so einfach, mein Lieber. Komm mal da, wer kommt da. Alter. Moin, Stani. Nein. Äh, ist die Rampe crazy, Alter. So viele Wingen. Nein, ist doch wirklich links. Ich kann nicht, ich kann, grün, 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 ich komm nicht klar, ich kann nicht klar, Jungs, diese Rampe ist genial, Jungs, diese Rampe ist zu gut, zu gut, der Armee hat auch Golfkart genommen, oh no, ja, aber Armee hat es als erstes rausgefunden, ich habe nur durch Armee keinen Golfkart bekommen. Oh, ich dachte, MBK trollt wieder. Nein, Bruder, ich troll doch gar nicht. Bro, du bist der größte Troll, den ich kenne. Er schläft gegen alle, der heftigste. Ey, Jungs, ich sage euch ehrlich, lass mal bitte wieder auf Wohstag alle gehen, lass mal wieder auf Wohstag gehen. Jungs, Jungs, Jungs. Er ist wieder Erster, weil er wieder Leute sabotiert, Bro. Jungs, ich habe angefangen, alles. Jungs, 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 Jungs. Jungs, Jungs. Jungs, Jungs, Jungs. Jungs, Jungs. Oh, ich hab nie weit gesagt. Komm, lass mir Steini runterfallen, von alleine. Ja, ich fahre jetzt wirklich Zeitlupe runter. Mach mal deinen Spaß, dass du hier durchrushst und so, mach mal deinen Spaß, wir haben jetzt noch nicht Spaß Oh, ich sag, ey, ich lass noch wie ich nächstes Mal ohne Russack-Zockers Boxen Bro, was soll das denn, nur wie ich dich einmal sabotiert hab? Also nein, bin ich aber auch für, bin ich auch für Bro, aber guck mal, du hast mich auch viermal sabotiert, Russack, ich hab dich einmal was getan, nein MBK hat einfach dir Golf-Cut gegeben, Stanley, guck mal wie Ne, hab ich gar nicht Moin Meister Oh nein, wo ist das Ziel? Oh, wo ist das Ziel? Ich bin auf dem Dach gelandet Noll, das ist Game-Changer Golf-Cut kannst du echt vergessen, Junge Golf-Cut ist Horror Jungs, ich bin einfach auf den Dächern hier gelandet Oh mein Gott, Armin, wie machst du das gerade? Keine Ahnung Bro, Armin, öh Früher, das Ding ist, die haben Golf-Cut so gemacht, man kann nicht mal abbremsen Ja Digga Ich kann nicht mehr, Jungs, ich kann nicht mehr Endlich PG Ah, MBK, wie sau wärst du? Ey Oh mein Gott Du Geleide Bro, Russack-Hund, 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 Hund, 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 Hund Danke, danke, danke Ey, das ist so krass, ich war vorm Ziel und er hat einfach keinen Kamikaze-Flug auf mich rauf gemacht, aber trotzdem hat er ihn getroffen, ne? Er hat nicht wieder runter gekriegt, ey Oh nein, Bro, okay Ey, ohne Spaß, das war cool, ey Ey, Russack, du bist so ein Dummschüler, Alter Kein Wundersatz Nein, 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 ich habe gar nichts Ohne Spaß Anna hast'n Russack Ey Jungs Bro, was soll... Es ist ja auch die... Es ist ja auch die... Es ist... Guck mal das Ding jetzt... Es ist doch auch die Trollrampe Wie geht jetzt wieder auf mich und auf Arm hier? Hä? Weil Russack ist ja ein Irgendmann Hä? Wie ich... Jungs, ihr dürft nicht vergessen, es ist auch mal die Trollrampe Hä? Was ist das denn? Jungs, ja die Trollrampe, die Rampe... Sauweh, Stani, Sauweh, Stani... Oh doch, Glück hab Ja, alles gut, wenn es aus Versehen passiert, sah ich nichts, aber Russack macht es bewusst, Bro Hä? Was? Hä? Ey ami, es ist btw, blau, ne? Nein, im Ernst? Ja Also ist gerade auch so... Ja, ist auch... JA Wie? Auf dem Dach gelandet? Ja, das heißt grad einfach blau rein, sag Ja, ist hier vorhin auch passiert, ist hier vorhin auch passiert Bitte, 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 bitte... Digga, ich glaube Bitte, bitte, bitte... Bitte, 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 bitte... Oh, du kriegst ja einen Anruf, ich wollte gerade sagen Bele, 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 Bele. Stani, du hast es geschafft, Bro. Nice. Stani, nice, Bro, nice. Ich gönne es dir auch, Bro, stark. Weiter so, Stani. Es ist so schwer, Digga. Jungs, stark wie direkt wo Russack ist. Ich werde auf Russack gehen. Er ist auf der roten Rampe, auf der Russen Rampe. Ah, Jungs, nein, will ich nicht. Ah, Jungs, nein, will ich nicht. Oha, 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 oha. Bro, er hat es nicht. Er hat mich nicht nur sabotiert, er hat mich mitgenommen, Alter. Sehr gut, sehr gut. Du hast mich auf den Flügel eingequetscht, hast du gesehen? War das bei dir auch so, Amir? Als nächstes kommt die blaue Rampe. Amir, war das bei dir auch so mit Flügel? Ja, so hast du mich nicht mitgenommen. Man ist direkt jedes Mal getrollt. Ich sage euch ehrlich, das ist so anstrengend. Ja, ja, Mann, das dauert voll. Oh mein Gott, ist das. Digga, die blaue Rampe mit diesem, äh, mit diesem Geländewagen ist so schwer, Alter. Das ist Amir. Ah, Bro, man sieht doch nicht nur, das ist wie orange oder gelb. Bro, orange oder rot. Bist farbenblind. Ich check das nicht, Jungs. Das ist echt nicht ohne. Hä? Jetzt war die blaue, ne? Mit dem Truck war die blaue. Ja. Amir, Amir, was machst du denn hier? Oh nein, Mann. Schein hat mich einmal überrollt. Das ist krass. Ach, du bist noch ein Auto vor mir. Ja, na klar, Bro. Ja. Bro, ich bin doch schon weg. Deswegen, sag mir gleich, Jungs, ich bin gleich unten, sag mir, wie er wo ist und ich werde ihn erstmal spielen. Ey, er muss die rote Rampe runterfahren, dann wird wieder rückwärts. Ja, okay, dann werde ich mal bei der roten Rampe einen schönen Abstecher machen. Ah, Digga, ich schaff nicht mal genau, rückwärts raufzufahren. Ich weiß nicht, ob... Ja, ach, siehste. Und mich hast du dann getrollt. Oh Gott. Nee, wir abziehen, Digga! Ja, Stani ist amontiert. Nee, das war gerade... Ich kann nicht, Jungs. Oh, mein Gott, Mann, Amir! Junge, du bist immer ganz unten runter, Bro. Ich check's nicht. Bro, du bist ein Ränder, ich bin voll auf dich geflogen. Was kann ich dafür? Ich kann nicht mehr. So, ich hab mir gerade gesehen, wie ich runtergeflogen bin. Ja, das war echt nicht mit Absicht. Oh mein Gott. Oh Gott. Ja, Russack. Oh ja, da hast du mich runtergekickt. Ja, Stani, entspann dich doch mal ein bisschen. Entspann dich. Locker bleiben auch mal, ne? Auch mal locker bleiben. Oh, 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 oh. Maaaan! weil es die ganze Zeit nach links gezogen hat. Digger, als ob du bei mir bist. Ja, natürlich. Sehr gut, sehr gut. Und jetzt machen wir mal, dass Army erster wird. Oh ja, dafür wäre ich auch. Digger, wieso? Bro, ich werde jetzt so gleich auf Russack gehen. Lebst du noch, Michael? Lebst du noch? Oh mein Gott, bitte. Bro, das Ding ist, Russack hat so viel Oh mein Gott! Ich flieg so... Nein! Schade! Das ist echt nicht ohne, ich sag dir ehrlich, wie es ist. Das ist echt nicht ohne. Vor allem, wenn gleich wieder so ein Poklapser von Army kommt, ohne Sinn. Gib ihn mal! Sabotier ihn, Army! Army, sabotier ihn! Ich bin unten! Ich werde ihn jetzt rauskicken direkt! Ja, aber rammt! Ja, er ist oben! Der muss auch sagen, du musst dich schon mal erst schauen. Ja, regt mich das auf. Bro, kein Plan. Er fährt jetzt runter. Jo, ich komme. Rote Rampe, rote Rampe, rote Rampe. Danni! Bro, wie geht's, Bro? Alles gut? Hey, Russack! Tschüssi, Russack! Nein! Er hat mich so sabotiert. Ey, Stani, jetzt komm mal, jetzt nehmen wir Quid. Dieser Dings macht gar keinen Sinn! Willst du mir lange nicht, Bro? Wie? Ja, let's go! Nein, hast du schon. Ich bin hier in der Box! Du musst respawnen, du musst respawnen. Digga, ey, jetzt hat Army mich überholt, weil Stani mich sabotiert die ganze Zeit. Army gönn ich das. Danke, Bro, danke, Bro. So, mit dem Auto Army müssen wir wieder blau runterfahren, oder was? Mit welchem Auto? Ja, ja, blau, blau, blau. Weil ich hier reingeknallt bin, ja. Ja, ja, genau. Digga, es kann doch nicht sein. Jetzt kommt Army wieder. MBK machen wir schon Abstecher auf die rote Rampe. Nein! Oh mein Gott. Digga, aber ich lande die ganze Zeit so kacke drauf. Den hab ich da. Ja, Bro, ich kann doch nicht dafür. Dass du alle Rampen mit 5 kmh runterfährst, Digga! Digga, Army hat so einen Vorteil jetzt. Steini macht seinen Führerschein in GTA. Hä? Warum hat Army mit Fahrrad rum? Guck! Guck! Junge, lass Army in Ruhe. Digga, das ist echt eine Katastrophen-Rampe. Ja, und du hast mich da getrollt. Willst du dich jetzt vielleicht mal entschuldigen? Ja, Steini, tut mir leid. Ah, MBK ist so schlecht, also. Ich wollte dich nicht trauen! Junge, dass das nicht checks, Alter. Digga, ich krieg jetzt, Digga, Army hat direkt so schnell das geschafft. Mann, ist das so dumm. Ich seh ihn da einfach mit Fahrrad fahren. Was musst du machen, Digga? Also, sorry, Digga. Hä? Wirklich, das ist Auto, Bruder. Was macht Army da? Äh, ich sag nur, Army, wenn er da auf der Rampe ist, sagt mir mal wieder Bescheid. Digga! Ich kann gar nicht, was ich hier machen muss. Sagt mir mal wieder Bescheid, okay? Danke. Ja, Rustig fällt jetzt wieder auf die Rampe. Digga, ich fahr die ganze Zeit auf die Rampe. Ich fahr jetzt in Zeitlupe auch. Ich mach jetzt mal den Stani. Kurz den Rollator auspacken und dann runter. Junge, ja, hä, das sind... Junge, wie willst du auch so nach dem Rampe schnell runterfahren? Ja, nein, nein, nein. Digga, es ist doch unfassbar. Digga, Army, wie hast du es so schnell geschafft, Digga? Keine Ahnung. Ich bin einfach gut gelandet. Sooo, jetzt werde ich mich mal um jemanden kümmern. Let's go! Ja, okay, ich werde jetzt extra nicht runterfahren. Ah, mir macht er irgendwelche Stunts mit dem Fahrrad, Digga, die ganze Zeit. Bitte. Kann ich nicht, Digga. Mann! Wie, du kannst nicht? Wie, du kannst nicht? Bro! Nur wegen Großsack, Bruder! Oh, Mann, was willst du so? Digga! Was willst du denn? Ich will noch nicht mal auf der Rampe. Das klappt nicht. Ja, ist mir egal. Aber ich bin jetzt gleich vor Russack, Jungs. Ja, du bist gleich bei mir. Und da sieht man, wenn man mich nicht freut, was da passiert. Ich habe keinen Angst, was man hier machen muss, Jungs. Ja, warte auf uns. Oh mein Gott! Ich komme direkt runter! Wie? Bitte. Hä? Bitte. Nein! Wo bin ich? Oh mein Gott, endlich! Nee! Digga! Was ist das? Ich komme immer schlecht auf. Ich bin... Oh nee, ich bin nicht in dem Dings. Digga! Aber das Elektro-Auto... Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Hä, du bist beim Falschen, Bro. Du bist beim Falsch. Ach nee. Hä, bist du auch? Nice, nice, nice. Was? Stani ist schon, wo ich bin. Digga! Ich muss das ausprobieren. Ich muss das ausprobieren. Es geht nicht anders. Rechts oder links? Oh, es gibt nur eins. Es gibt nur eins! Stani hat mich einfach hops genommen. Hä? Ich bin in der Box, Jungs! Ja, du musst respawnen. Ja, du musst respawnen. Digga! Ja, Russack, das hast du davon. Das ist wirklich Karma. Ich sage ehrlich, Russack hat so schönes Karma heute kassiert. Ey, nein. Das feiere ich nicht. Du bist beim Falschen, du bist beim Falschen noch. Mann! Hör doch mal auf, Idiot! Digga, du bist noch beim Falschen. Du musst dich genau ausgetrollen, Russack! Ey! Fahr doch mal! Digga, was machst du denn? Digga, wie komm ich denn da hin? Oh mein Gott. Oh nein. So. Boom. Abfahrt. Abfahrt. Dieses Auto wird jetzt eine Three-Round. Digga. Sehr stark. Also ich finde es gut, dass Armin die ganze Zeit mit dem Fahrrad hier rumcruist, ohne Plan. Armin, checkst du überhaupt was du machen musst? Ne. Ich glaube schon. Die Rückfahrt ist echt am schwierigsten. Nein, Digga. Ja, guck mal, Russack, Junge, der sieht gar nichts, Bro. Digga! Ey! Bro! Es gibt's nicht, es gibt's nicht. Nein! 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 Wenn ich gleich unten bin, werd ich auf jeden Fall trug. Bro, der aber kein Müll. Ich werd rosa gezogen... Junge, wenn der Tag lang ist, ne, du bubblst so viel Müll. Krass nicht mehr Müll aus deinem Raum, ey, Kopf rauskommt. Bro! Du wohnst im Müll, Alter! 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 Du wohnst im Müll! Du wohnst im Müll! Bruder, du brauchst sogar einen Müll-führerschein gemacht, dass du so viel Müll reden darfst, Bro! Also, das ist krank. So, komm, komm. Nein, Digga. Nein, Leute. Digga, Amir ist gleich durch. Slaberst du? Slaberst ist immer noch Fahrradfahren, Digga. Nein, er hat doch gesagt, er hat es geschafft. Gönn ich dir. Digga, du musst da so weird fliegen, Alter. Das ist echt Skill. Mit dem Fahrrad... Nein, sag mir nicht gleiten. Echt Skill? Okay, da ist Rostrak aus. Mit dem Fahrradfahren und mit Gleiten, jaja. Oh, ich kann nicht gleiten, ich habe keinen Controller angeschlossen. Wie mit gleiten? Was für gleiten? Ey, muss nicht gleiten. Was geht denn jetzt ab? Hä? Bitte. Bitte lande nochmal. Zack, der Arm, oh mein Gott, Bro. Er ist gerade wie, als wenn er so ein Butterbrot geschmiert hat, reingefahren. Und Rostrak bitte, Rostrak bitte, Rostrak bitte, Rostrak. Nein, Rostrak hat es geschafft. Oh mein Gott. Ich habe gerade, ich schwöre, Ich hab grad kurz überlegt umzudrehen und Russack vom Dach runter zu schubsen Dinger, wenn Bro, wenn du das gemacht hast, was wäre so Ja, aber ich hätte keine Zeit gehabt Ey, Bro, MBK, wenn ich dich da schon wieder sehe, du bist wirklich schlecht Für mich... Das weiß ich nicht, ich bin oben! Für mich bist du noch schlimmer als Russack, hab ich gesagt Ja, 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 ja Nee, das war Russack Nein, ich bin jetzt im Flugzeug Ja, normal Stani, was krieg ich, wenn ich dich sabotier? Hä? Guck mal, ich lass dich in Ruhe, guck mal, ich lass dich in Ruhe Ich hätt dich jetzt komplett weg sabotieren können Ja, ich hab dich ja durchgedreht Ja, ich weiß, deswegen, guck mal, ich sag's sogar Ja, 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 du hättest mich ja nicht sabotieren können Digga, hä, ich bin grad über dir drüber geflogen Aber Armin, nimm mir mit? Schlawa, Junge Hab ich Armin? War das Armin? So, wo ist MBK, den wir jetzt erstmal sabotieren? MBK! Oh, Digga Wo bist du? Jungs, ich würd einfach mal Armin sabotieren, einfach auf Correctness Nee, ich sag ehrlich, Armin gönn ich den Sieg Armin gönn ich den Sieg vom Herzen Du wusstest ruhig runtergegangen Nee, ich muss diese gelben Dinger einsammeln jetzt Mh, mh, mh Da gibt's die gelbe Dinger, ne? Mhm Was für geht? Da musst du Checkpoints aufnehmen mit dem Fahrrad Ja, ja HÄH?! Ich mach''n Bodyhop und sterbe, was was denn? Top Leute! Ey, ich fahr' einfach die Rampe hoch Die die man rückwärts fährt Ja, super Alter nein, ich fahr' die mit nem Elektroauto Ey, wie soll man denn da hinten hinkommen? Ey, ihr müsst mich angucken, real talk Ey, ich weiß nur, wie ich da hinten ankomm' und ich Armin zugeschaut hab Ey, du musst links links, fahr links, da gibt's noch einen Weg, schmalen Weg, links Ja, Amir, danke Okay, Ehre, Ehre Danke, Amir Links auf der anderen Seite ganz links, oder was? Ja, links an diesem Kasten musst du vorbeifahren. Ah, ich seh's. Oh mein Gott. Danke, Armin. Danke, danke, danke. Kein Ding, Bro. Junge, guck dir an, Russack, dieser ekeligste Räufel hier wieder. Warum? Ich kenn den Weg. Ich kenn den Weg, sei Dings. Boah, Digger, ich bin so geplatzt wie eine Bombe, Digger. So. Das geht nicht. So viel Mühe gemacht. Ey, was ist das hier? Jungs, Jungs, Jungs. Ich sag euch, MBK ist richtig am Verzweifeln mit der Rampe. Wenn der Tag lang ist, also Shani, Russack, beide reden so viel Müll. Armin, wenn ich das Letzte, was ich mache, werde ich sie in sie checken. Oha, korrekt. Ich hab ne Idee, Leute, ich hab ne übelst krasse Idee. Okay. Digga, wo muss ich hier lang, Alter? Wo bist du? Erzähl mal ein bisschen, wie man die Wege teilt. Ob du's mir glaubst oder nicht, Bro, ich hab keine Ahnung, was man hier machen muss. Digga, es ist wieder... Also kann ich dann, dass du noch gewinnst. Welches Fahrzeug hast du genommen, rechts oder links, Armin? Ey, es gibt es nicht. Oh mein Gott. Oh, links hab ich genommen. Echt? Ja, ich weiß es nicht. Welches Fahrzeug? Welches Fahrzeug, Armin? Sag es. Ich hab einen Monster Truck kriegen gehabt. Nein! Was denn? Ich hab doch ein Bike gesagt. Ja. Ich hab keinen Monster Truck, Bro. Was hast du? Takowalgen. Ich küsse eure Augen. Ah, danke, Armin! Nein! Du sagst Lügen. Oh nein, ich hab einen Takowagen. Oh mein Gott. Ich hab einen Takowagen. Let's go. Ach, der muss noch runter grün oder was? Ich hab gelbes Auto first try gemacht. Ich glaub schon. Ich bin mir grad unsicher. Digga, ich mit meinem Takowagen. Oh mein Gott, mit dem Takowagen. Das war's mit Russack. Das war's mit Russack. Russack, ihr werdet mich hier unten sehen. Digga, ich hab Takowagen immun gegen Flugzeuge wenigstens. Moin. Moin. MBK, Moin. 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 MBK, Moin. Darfst du mich mal trollen? Guck, guck. Guck, guck. Guck, guck. Wie sauer MBK ist. Also ich hör nichts sagen, aber Takowagen first try. Was? Ja, ehrlich. Der war echt nicht schwer. Aber war ja easy. So. Du, ich bin direkt runtergebabelt mit dem Truck. Hä? Das ist schon das Ziel hier. Amir. Amir sucht Ziel. Amir sucht Ziel. Warum bist du so leise? Amir? Warum bist du so leise? Amir nicht. Sondern ich hab das Ziel schon gefunden, nur da drauf zu kommen. Oh mein Gott, ich hab fast auf Breeze hat gedrückt. Digga, das wär dumm gewesen. Amir, komm, du musst das machen, Bro. Ich bin ja auch gleich im Ziel. Man muss das Ziel finden. Den Weg zum Ziel. Das ist auch getrolle. Das ist ja nicht umsonst ne Trollrampe, weißt? Hä? 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 Jungs mit dem Fahrrad? Wo soll ich da hin? Ey. Ja, da musst du über die Rampen springen. Über die Rampen da. Über die Rampen muss ich springen. Und dein Leichen. Guck, wie er dich trault. Nee, du musst über die Rampen springen, die da sind. Amir, wie kommt man da hoch? Bro, keine Ahnung. Da gibt's eine Rampe, aber da sind sie slower da. Und du kannst mit dem Fahrzeug nicht rückwärts fahren. Aha. Wie komm ich wirklich über das Ding, Jungs? Ich hab so oft geholfen. Ganz links. Ganz links an diesem Block. Ganz links ist so ein schmaler Weg. Ey, Bro, wie ist Russak hier mit dem Taco? Du bist runtergekommen, first try. Hä? Hä? Ganz links an dem riesigen Block. Ja, ich geh an dem riesigen Block ganz links bin ich. Ja, da ist einfach so ein schmaler Weg. Oh mein Gott. Hast du gesehen? Wow. Ja, ich danke dir, Broder. Russak Ehrenmann. Ab heute, ich bin Team Russak. Alter, die Rampen ist geslowed. Oh mein Gott. Ja! Okay, Leute, wichtig. Team Russak ab heute. Digga, wie soll man sonst nicht? Oh mein Gott, Leute, das ist später gewesen. Ich hab keine Ahnung, Digga, ich versuch's grad selber irgendwie. Jungs, wenn ich euer Erster wäre, dann muss ich irgendwie noch ne Rampe finden oder so, ne? Hä? Oh Gott, Leute, wir hätten es auch direkt first try geschaffen. Digga, haben wir? So Jungs, ich bin jetzt auch bei euch! Ja, du musst runterkommen, am Flughafen ist das. Aber ich hab keine Ahnung, wie ich's machen soll. So! So! Keine Ahnung wohin. Ich glaub grün. Ich versuch's hier mal. Also ich weiß es, Jungs, ich weiß es, ich weiß es. Digga, hä? Eine dumme Idee. Ich komm jetzt, Jungs, ich komm jetzt. Ich hol mir den Ersten! Digga, aber das reicht nicht. Ich hol mir den Ersten. Ich hol mir den Ersten. Ja, das ist ne kleine, aber die ist viel zu schwach. Hä? Wo denn? So, hier. Weiß ich nicht, Amir? Tag. Weiß ich nicht, aber wer hinterher fährt. Amir! Amir! Nein, die geht nicht. Die ist falsch. Ja, die ist auch falsch. Hä, wo bist du jetzt? Stand ich beim Letzten, ne? Die ist voll falsch. Ja, aber ich hab kurz gedacht, ich kann damit hoch. Ja, wohin muss ich hier? Du musst irgendwie hochjumpen, glaub ich, aber das hat länger. Hä? Oh mein Gott. Ist vielleicht hier... Wo seid ihr denn? Ist auf dem Dachschirm. Nein, du musst runterspringen. Du musst runterspringen. Digga, wieso das geht? Hier ist ein Parkhaus an der... Also ruhig, das nächste Mal, wenn du kommst und sagst, ich will, ich hab ne coole Map, Bro, ich suche noch... Ich bin noch bei Arne mit. Digga. Wirklich. Gibt's nicht da ohne Rampe? Ne, hier gibt's auch nichts. Bro, ist das weird. Digga, ihr... So, Jungs. Wo ist das Spiel? Es ist einfach der Erste, der das Ziel findet, oder den Weg zum Ziel. Das ist aber spannend, ja. Oh Jungs, ich bin daaa! Ja, Steini. Willkommen. Wo ist das Spiel? Seht ihr das schon? Ja, auf dem Parkhaus drauf. Aber der Weg ist zugebaut. Ich versuche gegenzufahren, du bleibst da voll gegenstecken. Also du kommst nicht durch. Das ist ne Wand. Ich kletter hier grad irgendwie ein bisschen hoch. Bisschen runter. Bitte. Aha. Das geht auch nicht. Hä? Warte mal. Digga! Digga, was? Digga... Jungs, es bricht... Was denn? Bis zum Fahrrad? Alles. Nein, mein Fahrrad habe ich schon lange. Aber dieses Auto danach und ich hab aber keinen Bock immer abzubremsen und sowas. Bro, ich check nicht, wie man da hinkommen soll. Ohne, du hast nie abgebremst, ne? Ich weiß wie. Wie? Nein, diese große Rampe hat einen Slower. Ja, die hat einen Slower. Da haben wir immer noch die kleine. Nein. Oh! Das war Müll. Oh mein Gott, was? Das war Müll. Digga, sag mir nicht, du hast es geschafft wegen diesem Lucky Jump. Nee. Was ist da oben? Doch, hab ich! Wo ist denn hier eine kleine Rampe? Digga, diese Wart... Wie? Du hast es geschafft? Bro, ich hab grad gesehen, wie du da hochge... Nein! Nein! Was? Hast du runtergefallen? Ja, ja, ich hab einen Fehler gemacht. Wo ist denn die Rampe? Bro, aber du bist nur mit Lack... Oben, oder was? Nee, auf dem Flughafen. Auf dem Flughafen? Mhm. Ich bin ja hier am Flughafen. Digga, auf dem Gelände drauf. Aber ich weiß jetzt wie. Oh mein Gott. Oh, das war knapp. Nein. Verdammt, hat er sich das geschafft, Digga. Mann! Ja, jetzt weiß ich den Plan wie, dank mir. Digga, ich hab dir die kleine Rampe überhaupt gezeigt. Ja, aber du hast aufgegeben, weil du ein Loser bist. So, Jungs, ich komm jetzt. Ich mach first try. Achso. Ich mach first try. War Spaß, Digga. Ich hab heute easy gereicht. Ich wollte aber deinen Windschatten haben. Ich wollte eigentlich deinen Windschatten haben, Digga. Das wär so gut. Zu weit! Was? Oh, Digga, ich hab schon vor's Respawner gedrückt, ne? So, das Reflex, kennst du das? Nee. Digga, ist das Boden das? Ja, Steine, das ist hier. Das Ding, oder was? Ja, das Ding. Nein. Also davon gehen wir jetzt mal aus, keine Ahnung. Ihr könnt davon ausgehen. Boah, ich hab's geschafft! Let's go! Armin, sag nicht, ich gön's dir wo. Nein, das war die Rampe. Hey, 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 hey. Ich hab die sogar gefunden und hab dann aufgegeben bei der AT. Hört aufgeben, ich hab weitergemacht. Winner! Der schafft. Ich sag ehrlich, ich gön's Armin vom Herzen. Hä? Ich auch. Aber wo ist der nach? Ah, hier entlang. Der muss hochfahren. Der muss links nachfahren. Oh mein Gott. Aber ich muss ehrlich sagen, die Rampe ist cool. Die war mega cool. Die war mega cool. Anders. Cool. Ja, richtig cool. Boah. Nein! 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 Als ob Stani mich überholt hat. Hä? Nein! Stani, nein! Ja! Let's go, Leute! Weiter! Geil, geil! Aber ehrlich? Let's go! 10 von 10 Rampe. Leute, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao!